Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich war ja gerade bei Vector Vector. Und ich wollte gerade mal noch bei Misty vorbeischauen. Wir können jetzt ein Wettbewerb für dich jetzt, wenn du möchtest. Ja. Warum nicht? Fokus auf den recenten... The Fool. Das wäre du. Great. Danke. The Fool symbolizes die Beginn einer Reise. Du brimmst mit Enthusiasm, aber du bist nicht bewusst von deinen Begründeten und die Gefängnisse du hast. The Wheel of Fortune. The danger is greater than you think. It will come suddenly, without warning. Conflict is unavoidable. The reverse chariot reveals that such danger is tied to your love of risk. Do not aim too high, V. The Magician. Interesting. You may meet someone fascinating. Someone charismatic. Maybe even someone you'll grow to love? It's hard to say. Interessant. Want to read my tarot? Sure thing. Äh, no. The Fool. Great. The Fool. The Wheel of... Sorry, ich habe die... Es hat sich gerade geändert. Ich wollte aufstehen drücken. Vielen Dank dafür. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen, Misty. Und wenn vielleicht aufgefallen ist, ich habe hier auch eine Mod drin, die Misty ein bisschen anders aussehen lässt. Irgendwie passt es irgendwie, finde ich. Ein bisschen besser. Und, äh, ja. Ein bisschen anderes Mal. Über was denn? 150 Meter. Was ist denn da ausgewöhnt? Der Kuh. Nebenmission. Das wollte ich doch anschauen. You can recognize them by their cold blue eyes. Creatures born centuries ago on the Antarctic ice sheet. They hide their true faces under masks of human skin. Two-faced snakes, oppressors of humanity! If it's such a big giveaway, won't they just install optics? Or use contact lenses at least? If it were only so simple, they are reptiles. Their nervous system isn't compatible with human cybernetics. Then why not have their own rippers invent some? Are you sure they haven't already? And where did this filth slither out from, you ask? Antarctica. You said that already. Today they hide amidst the snow and ice of the South Pole, step by step usurping our crown as creation's chosen. Millions of years ago, they evolved from dinosaurs, to become the world's first advanced, intelligent race. And who is their progenitor? Their masters? The scientists of Alpha Centauri! Slöp mit dir falsch, Junge. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Will you provide a humble donation, so that I may continue my mission? Okay. Humble sounds affordable. Just don't spend it on stupid shit. Thank you. This has bought me a day or two. Haha. Naja. And Gerald vinkler TV list. Radio waves bear the truth. Some weird tube. Let those with ears listen, and those with eyes behold. Türsteher. Okay, die Mission ist jetzt da weg, interessanterweise, obwohl ich eigentlich gar nichts mit ihm gemacht habe. Hol die Waffe bei Wilson ab. Bei uns in Haywood gibt es eine Tradition. An deinem 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich den beschissenen Vater hatte. Aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her, oder? Höchste Zeit, dass du mir dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Das würde ich auch kurz machen, da wir eh gerade in der Nähe sind. Spannend. 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 Sieht nicht so gut aus. Wieso sind die eigentlich immer böse auf mich? Ich mache gar nichts. Was haben wir gesprochen? Now for local news. The NCPD has expanded its arsenal to include Militech's Centaur-class exosuits. The force has ordered 20 of the Centaur units to be used in preventative patrols and Maxtech forces. A ceremonial signing of the partnership took place at City Hall. Police Commissioner Coleridge and Militech Government Relations Executive Meredith Stout were in attendance. Officers in the NCPD put their lives on the line for us every day. They defend all night citizens against gang violence, nomad outlaws and cyber-psycho attacks. Thanks to Militech's Centaur-class exosuits, they can keep themselves safe. And all the rest of us even safer. Once again, Militech has proven its vital role in the reconstruction of America. After the break, what quality is most important when hiring a personal bodyguard for your child? What? Emeritus Strout kennen wir ja mittlerweile. Sie ist korrupt und auch der Police Commissioner ist auch korrupt. Sehr schön, dass hier in unserem Geburt so etwas passiert. Wer ist mein alter Freund? All right. Let's see what you got. What I like to hear. Hä? Ach so. Die ist gratis. Zumindest ist das der Quest Gegenstand? Das andere ist auch neu, ja. Ikonisch Revolver. Sieht interessant aus. Smart-Waffe. Aber das ist eine Smart-Pistole. Die können wir also nicht gebrauchen. Schau. Die Machete ist noch nice. Sie hat es in sich. Okay, I see. All die Granaten einfach aufgeladen werden, kosten sie dafür mega viel. Naja gut, das haben wir jetzt auch erledigt. Die Psych-Kang, der Kiere und Drogen-Drog addicts. Die Psych-Kang haben heute vorhin schon überstanden. Die Ausstellung-Kang haben. Wenn du keine Titanium Skull hast, wirst du keine Probleme zu haben. Du hast die Menschen in kein Zeitgegen. Die Welt entsteht in verschiedenen Behörden. Du wählst, indem du immer wo er ihr gewartet. Du wählst, deine Schuhe. Und beginnst. Du spiegst. Du wirst, du spiegst den Schuhen zurück. Du spiegst. Wenn du alle letzte von ihnen verlassen möchtest, dann kriegst du eine Chance in der Grand Finale. Alles klar? Christo. Gut. Oh, außer dass du nicht auf der O-Wattson steckst. Nichts. Du kannst in Kabuki starten. Ich glaube in dir, V. Zeit, um dieser Stadt zu zeigen, was du gemacht hast. Okay. Irgendwann vielleicht, aber nicht heute. Entsippe ich die Übel voll im Gange. Das könnten wir gerade noch machen. Weil jetzt eine grosse Mission anzufahren, das bringt glaube ich nicht so viel. Schon wieder News. Jetzt für die Nachrichten. Die NCPD hat sich in die Arsenal zu erhöhen. Die Centaur-Glas Exosuits. Die Centaur-Unit werden in die Preventive Patrol und Magstack-Forsen verwendet. A ceremonial signing of the partnership took place at City Hall. Police Commissioner Coleridge and Militech Government Relations Executive Meredith... Schönes Auto. Was für komische Geräusche hier. Ich bin hier ein paar Minuten. Und drei City Täter und sichere Beweismittel. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich verstehe. Jetzt ist es? Cybers! Psycho! Sie ist ein Psycho! Ich nicht, Mann! Ich nicht, Mann! Ich replied es. Ich glaube hab ich in den Falle voll. Ich bin sausage! Sing voisin! Habt! Okay, da ist ne Kiste, jetzt muss ich kurz einsamen, bevor ich die vergesse. Irgendwas ist da mit den Sounddateien hier komisch. Ist sich mega weird an. Ach, hier wird das Gespräch, was ich nicht anschauen kann. Genkys Familie hat mir geschrieben, als sie seine Leiche für die Beerdigung vorbereitet haben. Es ist ihnen aufgefallen, dass ihm jemand all seine Implantate herausgerissen hat. Weisst du, wo er draufgegangen ist? In Lifes Laden? Sieht aus, als ob sich der Wichser ein wenig Geld mehr mitbeiverdiente, indem er Stücke von unseren Jungs verschirbelt. Mach ihn kalt. War das Genki? Möglich? So, werde ich schon bis zu nem Soundpsycho? Warte, wieso haben mich die Leute jetzt so genannt? Kann natürlich schon sein, dass das der Fall ist. Aber von wo kommt diese Lache? Achtung? Warte, warte, warte. Ewes? Warte, warte, warte. Warte, warte. Das ist nicht so ism. Warte, warte. Warte. Warte, warte ... Warte. Warte. Es geht um esjanus. Warte. Radio oder Fernseher? Vielleicht. Klar. Naja. Was hätten wir das auch erledigt? Ja. Was soll ich für diese komischen Soundpacks? Entweder wurde das noch ausgelöst oder... Keine Ahnung. Ich geh mal kurz wieder... ... zu uns nach Hause. What the hell? Andermal schlafen oder irgendwie sowas. Ich glaube geschlafen haben wir bisher noch nie. Ich geh mal kurz wieder. Ich geh mal kurz wieder. Hallo, Night City. Ich bin Julien Jordan mit N54 News. Und das ist Ihr Local-Latest. Die NCPD hat erwischt caution... ... wenn man mit Datenverkaufnahmen benutzt. Eine Routineinspektion hat gezeigt... ... viele haben sich verraten mit Malware. Die Polizei hat klargestellt... ... dass das Virus identifiziert werden kann... ...zurest zu cyberwaren... ... und in extremen Fall, auch zu смерer. In response zu... ...machbarer Gang-Aktivität... ... der Mayor's Office hat... ... die öffentliche Threat-Level... ... zu RED. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh no! Äh... Wollte ich nicht! Ich wollte mit ihm sprechen! Aber geht offensichtlich nicht. Naja, sonst gibt's hier irgendwie gar nichts. Ich bin eigentlich auch hier, weil ich doch weiß, dass man hier die Katze Nippels findet. Oh! Sorry, aber man schlägt keine Frauen. Alles gut? Nichts? Okay. Okay. Wahrscheinlich kann man die Katze erst später finden. Klar, gerne. Ich dachte zumindest, dass man die hier findet. Ich hab's gemeint. Wahrscheinlich ist es erst nach dem richtigen Intro-Prolog oder wie auch immer man das nennen würde. Okay. Habe ich das hier alles schon reingetan? Wahrscheinlich. Die macht 14 Schaden. 14,20. also hier. Nice. Ich Schau. Okay. Ich sitze! Lass mal kurz schauen, oder? Ich mach das einfach offline. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Cyberpunk 2077 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier mal ein bisschen das Inventar aufgeräumt hab und geschaut habe, was ich hier alles behalten möchte. Von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Die Stadt ist der schlimmste Ort, der in Amerika ist. Die Hauptprobleme sind die Höhe von Vreem. Mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020